Wenn ich mir denke, wann wird es mal wieder attraktiv für Touristen sein, die dann auch irgendwo essen gehen möchten, dann gehe ich mal von einem guten, satten Jahr, anderthalb Jahren aus, bis überhaupt mal wieder irgendwo eine Gastro hier in A-Nähe wirklich funktioniert. A lot of the people here in Maishaus have horrifying stories of that night of the flooding to tell. Some of them, especially those who lived along the water here, had to climb to the roofs of their houses to save themselves. Some even breaking through the roofs to get to safety. Ich mache das jetzt seit anderthalb Wochen hier. Hier waren 20-Jährige, die sind mit Eimern voller Schlamm aus dem Keller gekommen. Das Schöne ist, hier kennt sich keiner und diese Eigendynamik, die dahinter ist. Und ich kriege auch wirklich jedes Mal ein paar Mal eine Gänsehaut am Tag, weil die Leute wirklich auch so positiv sind, egal ob von der Polizei, von der Bundeswehr, alle helfen hier mit, wo sie können. Ich denke, jetzt sind die Nachrichten an der Kai, von der Polizei, von der Polizei, bei 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 der Polizei